Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Wochenbeginn. Ja, ich hatte es letzte Woche angekündigt und ich habe es letzte Woche auch verwirklicht. Ich habe meinen mittlerweile vierten Superhit veröffentlicht. Und zwar habe ich diesen Superhit zusammen mit dem grandiosen Pfulsk komponiert, getextet und eingesungen und gemacht. Und ja, ich werde diesen vierten Superhit im ersten Kommentar unter diesem Video verlinken. Und nicht nur das. Für alle Leute, die Telegram haben, ich werde den Direktlink zu Pfulsk-Seite verlinken, indem Sie die letzten beiden Superhits Baut, Baut, Baut und Jungdomgrün direkt bei ihm unterm Twitter-Kanal herunterladen können. Also wenn Sie jetzt noch kein Telegram haben, dann sollten Sie es sich zwingend zulegen. Da können Sie sich dann nämlich die beiden Superhits herunterladen. Ja, ansonsten, Sie werden es mitgekriegt haben, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist nun endlich, endlich vorbei. Ja, es war eine ganz besondere WM und sie endete fulminant mit einem, ja, wie viele Beobachter sagen, Jahrhundertspiel. Spannung bis zuletzt bis zum Elfmeterschießen und gewonnen hat Argentinien. Verloren hat Diversität. Ja, so kann man das wohl formulieren. Und das ist ein Ergebnis, mit dem insbesondere deutsche Kommentatoren sich zur Stunde noch nicht wirklich anfreunden können. Ja, in leeren Köpfen hätte das Ergebnis wohl ganz, 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 ganz anders ausfallen sollen. Die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Drang, die Welt zu belehren, mit ihrem Drang für eine Ideologie einzustehen, für die sie eingespannt worden ist. Nämlich Diversität. Ja, diese Nationalmannschaft, die hat verloren. Und ja, das ist das Traurige. Aber es ist auch eine Erkenntnis für viele, die da tatsächlich geglaubt haben, man könne Sport ideologisch aufladen und den Sport für etwas missbrauchen, wofür er gar nicht da ist. Nämlich den Transport einer wirklich völlig bekloppten Ideologie. Nun, es ist, wie es ist. Die meisten Leute sind zufrieden mit dem Ergebnis dieser WM. Tja, es ist vorbei. Weihnachten kann kommen. Ja, und ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben. Die Tagesschau berichtet, CO2-Verbrauch wird teurer. Ich zitiere, die EU reformiert den Emissionshandel, um den Kohlendioxidausstoß schneller zu verringern. Die Industrie wird dabei gefordert, aber auch gefördert. Flankiert wird dies von einem, wie soll es auch anders sein, milliardenschweren Sozialfonds. Ich möchte hier kurz Peter Liese von der CDU zitieren. Das war wirklich ein historischer Moment. Wir haben es geschafft, uns auf das größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten zu einigen. Mindestens in der EU, einige sagen weltweit. Tja, und Michael Bloß von den Grünen krönt das Ganze nochmal. Jetzt ist klar, es wird keine kostenlose Klimaverschmutzung mehr geben. Die Industrie wird einen CO2-Preis bezahlen müssen, bekommt aber sehr viel Unterstützung bei der Dekarbonisierung. Tja, und wie sieht dieser Klimasozialfonds jetzt aus? 87 Milliarden Euro für Klimasozialfonds sind geplant. Tja, um, wie gesagt, auf der einen Seite Haushalte zu entlasten und auf der anderen Seite Investitionen zu fördern. Etwa energieeffiziente Gebäude oder öffentliche Verkehrsmittel. Tja, und was außerdem beschlossen worden ist, außereuropäische Produzenten müssen eine CO2-Abgabe zahlen, wenn sie Produkte wie Stahl, Zement oder Aluminium in die EU bringen wollen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen hier die EU-Kraten bei der Arbeit. Man verteuert künstlich Produkte, man sorgt dafür, dass die Leute ärmer und ärmer werden. Und gleichzeitig springt man in die Bresche, um mit dem ergaumerten Geld der Menschen diese Leute wieder zu unterstützen, ihnen also Hilfe zukommen zu lassen. Also was man ihnen vorher weggenommen hat, ja, verkauft man ihnen jetzt als die große Hilfe. Ja, es ist lachhaft, es ist lächerlich, aber es ist auch so wunderbar offenbar. Und wer anhand dieses Politikums nicht erkennt, ja, in was für Zeiten wir hier leben und von welchen Leuten wir hier regiert werden, ja, tut mir leid. Aber dem ist beim besten Willen nicht mehr zu helfen. Und sehr gut zu dieser CO2-Abgabe passt auch folgende Meldung. Und zwar, Sie haben es ja mitgekriegt, es hat ja ein Klima-, ja, ein Naturschutz-, ein Weltnaturgipfel in Kanada stattgefunden. Wir hatten letzte Woche kurz darüber berichtet. Ja, und die Tagesschau berichtet jetzt, Gipfel einigt sich auf Naturschutzabkommen. Auf dem Weltnaturgipfel haben sich die Teilnehmer auf ein neues UN-Naturschutzabkommen geeinigt. Rund 200 Staaten setzten sich das Ziel, mindestens, und jetzt kommt es, 30% der Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen. Außerdem wollen sie mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben. So, und Steffi Lemke wird hier zitiert, Indem wir Natur schützen, schützen wir uns selbst und sichern für unsere Kinder eine lebenswerte Umwelt. Ja, meine Damen und Herren, was wir uns sichern, wir sichern uns hohe Preise. Ich möchte Ihnen das mal ganz kurz bildlich vor Augen halten. Wir, Deutschland, mit seiner gesamten Fläche, entscheiden uns, dass 30% dieser Fläche nicht mehr anders genutzt werden darf als für den Naturschutz. Das heißt, 30% der Fläche darf weder bebaut werden, bewohnt werden, darf auch nicht mehr als Agrarfläche genutzt werden. Nein, 30% werden dann einfach verwildert, dürfen dann verwildert werden. Da dürfen dann Bäume wachsen, da dürfen dann Gräser wachsen. Da darf dann der Loich sein, zu Hause einrichten. Tja, aber die Fläche fällt weg, auf der wir landwirtschaftliche Produkte anbauen können. Und zwar auf eine Weise, die so viel Ertrag ergibt, dass wir uns hier auch alle ernähren können. Also hier wird ganz, ganz, ganz massiv daran gearbeitet, die Lebensmittelversorgung von uns allen doch massiv einzuschränken. Ja, und ich denke, auch dort werden sich diverse Politiker dann wieder infolgedessen aufspielen können, wenn es denn dann nämlich wirklich einmal so weit kommt, dass die Leute hier die Preise, die dann wirklich sehr, sehr hohen Preise für landwirtschaftliche Produkte nicht mehr bezahlen können, ja, dann wird man hingehen und sich wieder versuchen, auf Steuerzahlerkosten als Retter aufzuspielen. Ja, glauben Sie mir, das wird kommen. Das wird so geschehen. Also wenn Sie so viel Fläche, 30% der Fläche einfach dem Markt entziehen, ist selbstverständlich klar, dass die dann noch vorhandene Fläche entsprechend teurer wird, ja, teurer zu bewirtschaften wird. Ja, und ganz groß, meine Damen und Herren, es ist, ich weiß es nicht, es sind gleich drei Meldungen, die hier wirklich ein wunderbares Bild davon abgeben, was gerade in der Medienlandschaft los ist. Ich weiß nicht, kennen Sie Tilman Knechtel? Tilman Knechtel ist einer der Redakteure bei der Express-Zeitung. Sie kennen die Express-Zeitung, ein wirklich herausragendes, investigatives Blatt. Und ja, dieser Tilman Knechtel hat auch einen wirklich gut besuchten YouTube-Kanal. Und dieser YouTube-Kanal, der wurde jetzt gelöscht. Und zwar hieß dieser YouTube-Kanal Trau keinem Promi. Ja, und manch einer wünscht sich jetzt natürlich, warum? Warum kommt nicht jemand wie Elon Musk des Weges und kauft einfach Google-YouTube, um diese Zustände bei Google-YouTube zu beenden. Tja, und das Gegenteil geschieht. Musk lässt über seinen Verbleib als CEO abstimmen. Und zwar jetzt gerade zur Stunde noch. Wir haben jetzt kurz vor zwölf und ich denke, die Abstimmung ist, wie lange noch? 28 Minuten, glaube ich. 28 Minuten geht die Abstimmung noch. Und ja, es zeichnet sich allerdings ein Ergebnis ab, das den wenigsten gefallen wird. Nämlich 57 Prozent aller, die da abgestimmt haben, stimmen dafür, dass Elon Musk als CEO doch bitte abtreten möge. Ja, und da stellt sich vielen die Frage, was ist das denn für eine Aktion? Was plant Elon Musk? Ist das vielleicht auch wieder eine Trollaktion? Und will er anhand dieser Abstimmung vielleicht irgendwelche ihm missliebige Personen herausfiltern? Ich weiß es nicht. Wir werden es jedenfalls erleben. Also ich denke, diese Abstimmung wird bestimmt einen tieferen Sinn haben. Und Elon Musk wird uns sicherlich in Kürze vielleicht heute noch darüber in Kenntnis setzen, was er denn mit dieser Abstimmung tatsächlich bezweckt hat. Naja, es würde mich jedenfalls überraschen, wenn er tatsächlich den CEO-Posten abtreten würde. Ja, wobei vielleicht, vielleicht würde er jemanden finden, vielleicht würde er jemanden besseren finden, der dann in seinem Sinne diesen Konzern weiterleitet. Es bleibt abzuwarten, es bleibt spannend. Tja, und die, ja, wenn man so will, die beste, die wirklich ulkigste Nachricht dieses Wochenendes, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, die FAZ berichtet. Berlusconi meldet Kontrolle von ProSiebenSat.1 an. Die Medienholding des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hat in Österreich die vollständige Kontrolle des deutschen TV-Konzerns ProSiebenSat.1 bekannt gegeben. Die MFE Holding habe den Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE angemeldet, wie am Sonntag aus einer Mitteilung der österreichischen Wettbewerbsbehörde mit Datum vom 13. Dezember hervorgeht. Von MFE war zunächst kein Kommentar zu erhalten. ProSiebenSat.1 lehnte eine Stellungnahme ab. Tja, das ist doch mal hochinteressant. Auf einmal, auf einmal gehört hier ein, ein große, nee, zwei große deutsche Sender, Sat.1 und ProSieben in die, äh, fällt, fallen zwei große deutsche Sender, nämlich ProSieben und Sat.1 in die Hände eines bösen, bösen Rechtspopulisten, der ja jetzt gerade auch in Italien mit an der Regierung sitzt. Tja, spannend, spannend, was daraus zu, äh, was daraus erwachsen könnte, ja. Also, wenn nun Berlusconi tatsächlich die Kontrolle über diese TV-Sender dann inne hat, dann wird Berlusconi ja selbstverständlich auch, hm, wie soll ich sagen, gewissen Einfluss darauf haben, was auf diesen Sendern dann alles noch gesendet wird, welche Nachrichten dort platziert werden und wie diese Nachrichten dort platziert werden. Tja, und, äh, seien wir einfach mal gespannt, was uns dann insbesondere im nächsten Jahr erwarten wird. Ganz besonders, was die Berichterstattung angeht, ob sich da was ändert. Ich könnte es mir vorstellen und vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht wird sich, äh, angesichts des grassierenden Irrsinns um uns herum auch da tatsächlich, ja, ein gewisser, äh, Wandel erwarten können. Ich weiß es nicht, wir bleiben gespannt. Das Jahr neigt sich ja jetzt dem Ende zu und, ja, es war ja ein spannendes Jahr. Ich denke mal, morgen werde ich aufgrund, äh, der heutigen Weihnachtsfeier hier keine Wortmeldung veröffentlichen können, aber in der Zwischenzeit können Sie sich ja dieses Heft hier zulegen, eigentümlich frei. Dieses Heft bringen wir heraus, es geht auch nochmal um den Regenbogen, um Diversität und so weiter. Legen Sie sich dieses Heft zu, bestellen Sie ein Schnupperabonnement oder ein Jahresabonnement. Aber, äh, es lohnt sich, ja, und somit können Sie dann eben auch, weiß ich nicht, vielleicht die Weihnachtszeit überbrücken, wo wir hier Pause machen werden. Und ja, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, ich will der größte Schlagerstar dieses Universums werden. Unterstützen Sie mich dabei. Und wenn Sie mich dabei unterstützen wollen, ja, dann klicken Sie bitte auf dieses Video hier und klicken Sie auf dieses Video hier. Steuern sind Raub, ich lieb CO2 und teilen Sie diese Videos mit aller Welt. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich vorab, haben Sie noch einen schönen Tag, alles Gute, bis dann und Tschüss.